Im Vergleich zu den Regelungen des HGB schreibt der IAS 1 kein bestimmtes Format für die Bilanz vor. Vielmehr werden Mindestangaben definiert, ohne jedoch eine bestimmte Gliederung vorzuschlagen. Im IAS 1 heißt es, dass dieser Standard nicht die Reihenfolge oder die Gliederung vorschreibt. Es liegt in der Entscheidungsgewalt der Unternehmen, ob diese weitere Posten die Bilanz aufnehmen oder nicht. Es wird nur wieder darauf hingewiesen, dass sich diese Entscheidung danach richten sollte, ob eine gesonderte Darstellung die Aussagekraft bzw. die Nützlichkeit eines Abschlusses erhöht oder nicht. Damit ist man bei der Darstellung einer Bilanz laut den IFRS extrem flexibel. Allerdings bringt diese Herangehensweise auch Nachteile bei der praktischen Anwendung der IFRS mit sich, da häufig eine Unsicherheit besteht, wie genau nun die Darstellung der Bilanz zu erfolgen hat. Dies liegt daran, dass neben den Mindestanforderungen auch die Regelungen in den einzelnen Standards berücksichtigt werden müssen, wenn es um den Ausweis geht. Denn wenn ein anderer IFRS-Standard den Ausweis eines weiteren Postens verlangt, ist dies zusätzlich zu den in IAS 1 genannten Mindestgliederungsanforderungen in der Bilanz darzustellen. Und wenn man dies alles überblicken möchte, kann es mal unübersichtlich werden. Aus diesem Grund gibt es eine Umsetzungsrichtlinie zum IAS 1, die zeigt, wie ein IFRS-konformes Format beispielhaft aussehen könnte. Dieses wird explizit als Beispiel definiert, der jedes Unternehmen dieses Schema auf seine Anforderungen hin anpassen sollte und auch noch andere Gliederungsmöglichkeiten in Frage kommen, die zu einer ähnlich guten oder sogar besser geeigneten Darstellung der Bilanz führen würden. An dieser Stelle können wir also festhalten, dass man zwar extrem flexibel bei der Gliederung und dem Aufbau der Bilanz ist, allerdings stets alle IFRS-Standards berücksichtigt werden müssen, was die ganze Sache durchaus unübersichtlich machen kann. Was allerdings auf jeden Fall beachtet werden muss, ist die Bilanzgliederung nach Fristigkeit. Das heißt, jedes Unternehmen hat bei der Erstellung der Bilanz seine Vermögenswerte und Schulden in kurz- und langfristige Posten zu untergliedern. Das heißt, kurz- und langfristige Vermögensgegenstände sowie kurz- und langfristige Schulden. Was aus Sicht der IFRS genau als kurz- oder langfristige Vermögenswerte und Schulden angesehen wird, bespreche ich in einem anderen Video. Eine Abweichung von der Gliederung der Bilanz nach Fristigkeit ist immer dann zulässig, wenn eine Gliederung gemäß Liquidierbarkeit Informationen liefert, die genauso verlässlich, aber sogar noch relevanter sind als die Informationen, die aus einer fristigkeitsmäßig gegliederten Bilanz folgen. Des Weiteren muss das Unternehmen weitere Unterposten im Anhang angeben, wenn dies in der Bilanz nicht geschehen ist, aber notwendig für das Verständnis der Vermögens-, Finanz- und der Tragslage des Unternehmens ist. Schauen wir uns auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis an. Hier haben wir die IFRS-Bilanz der BMW AG. Zunächst einmal ist zu erkennen, dass das Vermögen in langfristiges und kurzfristiges Vermögen untergliedert ist, sodass die Darstellung nach Fristigkeit gemäß IAS 1 angewandt wurde. Bei den langfristigen Vermögenswerten finden sich dann wieder Posten wie immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögensgegenstände, Sachanlagen etc. Interessant sind hier die zwei größten Posten beim langfristigen Vermögen. Die vermieteten Erzeugnisse und die Forderungen aus Finanzdienstleistungen, die knapp 70% der langfristigen Vermögensgegenstände ausmachen. Hier hinter steckt letztendlich das Leasing- und Finanzierungsgeschäft der BMW-Gruppe. Man findet für jede Position einen Verweis auf den Anhang, in welchem man die Details nachlesen kann. Hier steht dann auch drin, dass diese zwei Posten auf das Leasing- und Finanzierungsgeschäft von BMW zurückzuführen sind. Auf der Passivseite finden wir dann wieder neben dem Eigenkapital, welches die üblichen Posten enthält, auch noch die Schulden, welche in langfristige und kurzfristige Schulden untergliedert sind. Was ebenfalls interessant ist, ist die Anmerkung unter der Bilanz. Hier steht drin, dass der IFRS 16 erstmalig angewendet wurde. Dementsprechend wurden gemäß den Anforderungen des IAS 1 die Vergleichsinformationen aus dem Vorjahr entsprechend angepasst. Im Anhang findet sich dann noch eine vollständig überarbeitete Bilanz, Ergebnisrechnung und Kapitalflussrechnung aus dem Vorjahr.